Buh! 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 Wo kann ich mich hier beschweren? Es ist viel zu laut. Es ist viel zu laut hier. Ist das wieder so eine internationale Veranstaltung? Where can I complain me? Where can I me complain? Entsetzlich, immer ist was los am Rathausplatz. Ich wohne gleich um die Ecke. Das ist an sich eine gute Gegend. Immer ist was los mit den internationalen Events. So was braucht man nicht. Es ist entsetzlich laut, unglaublich. Die ganzen Hunderten und die Katzern wachen alle auf um die Zeit. Ich hab so eine nervöse Katze, die kleine Mimi. Die hat mir die ganze Wohnung. Das ist entsetzlich. Ganz entsetzlich. Lachen Sie doch nicht so blöd. Haben Sie Geburtstag? Na wirklich, es war sie da unten entsetzlich. Alles so laut hier. Und diese widerlichen Kinder. Klar, wenn da am Rathausplatz immer was los ist, dann kommen die Bettler. Ja wirklich, das ist kamuflierte Bettelage. Na wirklich, war. Kamuflierte Bettel... Die haben Bettelkinder mit ihren Bettelgesängen. Na klar, und der ORF filmt das Ganze. Na klar, da gehen die Gisgebühren hin, meine Damen und Herren. Und die Steuergelder. Ich sag's entsetzlich. Aber der ORF filmt ja eh alles, was sich bewegt. Da brauchen Sie nicht so blöd lachen, meine Damen und Herren. Das ist wahr. Aber ich sag Ihnen, was halten Sie eigentlich von der Veranstaltung? Da, Sie... Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, ganz Ihrer Meinung, das gehört weg. Aber wissen Sie, ich befrag Sie jetzt gleich direkt. Hallo Sie da unten, Sie Kameramann, Sie? Zu mir. Machen Sie sich einmal in Ihrem Leben nützlich. Wirklich wahr. Ich komm gleich zu Ihnen. Moment, laufen Sie nicht weg. Das können Sie dann gleich machen, wenn wir das abgesagt haben. Wirklich wahr, das ist ja entschätzlich. So. Und durch den VIP-Bereich. So. Grüß Gott. Was ist für Sie Kunst? Musik und Schauspiel und solche Sachen. Aha. Kunst kommt von Herzen? Natürlich. Ja. Kunst oder Liebe? Auch. Alles. Herz. Ich nehm Geld. So. Dankeschön. So, wir befragen weiter. Jetzt mal vielleicht nicht aus dem VIP-Bereich, sondern den gemeinen Böbel. Entschuldigen Sie, Handy weg vom Gesicht, bitte. Jetzt kommt eine Befragung, nicht? Wie ist Ihr Name? Halida. Das ist die Ali. Sie sind nicht von hier? Nee. Okay. Aha, ja. Und was sind für Sie die Festwochen? Ähm ... Sie brauchen nicht nervös sein. Entschuldigung. Sie sind zu nervös, natürlich. Dann gehen wir weiter. Die Dame in Plastik, bitte. Ja. Sie soll nicht so blöd lachen. Das kommt ganz schlecht im Fernsehen. Also Festwochen ist Kultur. Ja, und was ist Kultur für Sie? Alles. Was ist Kultur für Sie? Alle. Bitte was? Schauspiel, Theater. Ja, aha. Oper. Aha, Oper, Oper. Bücher. Bücher, Bücher? Was jetzt? Bücher, ja. Sind Sie nervös? Ja. Ah ja, sehr gut. Finden Sie, muss Kultur, Kunst tolerant sein? Ja, man muss großzügig sein. Großzügig ist nicht tolerant? Doch, tolerant und man muss sich da vieles gefallen lassen. Die Kunst muss sich vieles gefallen lassen, oder die ... Nein, mir. Na eben, das ist ja nicht das, was ich frage. Sie müssen schon präzise Antworten geben. Wir gehen weiter. Sie sind offensichtlich nicht sehr firm, was das angeht. Hm, nein, Sie nicht? Ach so, dann vielleicht doch. Grüß Gott. Danke. Hat es Ihnen gut gefallen? Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Nein, ich bin dafür, dass das abgedreht wird. Wir sind eine Kulturstadt, bitte schön. Wir haben Mozart, wir brauchen das nicht. Muss man tolerant sein. Ich nicht. Ich schon. Sie sind vielleicht tolerant, ich nicht. Mit Toleranz kommt man nicht weiter. Haben Sie mich gefragt, ob ich ein Foto machen darf mit Ihnen? Super. Was? Super. Wir schauen uns, dass ich nicht schlecht drauf ausschaue, nicht? Ich bin sehr fotogen. Sehr fotogen, nicht? So. Ja, die Kinder. Tragen Kinder einen bleibenden Schaden bei solcher Lautstärke davon? Hm. Also, das ist so, das ist jetzt ein österreichisches Fest? Ja, das ist ein österreichisches Fest. Wollt dann die Kinder singen? Ja, die Kinder singen. Hat dir das gefallen? Oder soll ich dich siezen? Es hat mir gefallen. Es hat dir gefallen? Sehr gut. Mir nicht. Wieso nicht? Bitte? Das ist ein Fest. Das ist ein Fest. Wissen Sie nicht? Ja, ein Fest. Interessant, ja? Ich finde, das braucht man nicht. Es gibt ja Weihnachten einmal im Jahr. Na gut. Sie müssen jetzt den nächsten Punkt dann sagen. Was muss ich? Den nächsten Punkt dann sagen. Was ist der nächste Punkt? Hört das nicht auf? Nein, das hört jetzt nicht noch auf. Achso. Großmütterchen. Bitte? Achso. Das Großmütterchen hat Salonorchester kommt jetzt als nächstes. Was ist denn das? Naja, was auch immer. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Mit dem Groß, was auch immer.